So, hallo, willkommen zurück vom vorigen Video. Wir sprechen immer noch über P-Space-Vollständigkeit. Im letzten Video hatte ich Ihnen argumentiert, dass dieses True-QBF-Problem, die Wahrheitsberechnung für diese quantifizierten Buhl'schen Formeln, aussagenlogische Formeln mit Quantoren vorne dran, tatsächlich P-Space vollständig ist. Und das hatte ich ein bisschen vage mit Händen und Füßen gemacht, aber die Kernidee habe ich eigentlich vollständig erklärt. Man macht eine Middle-First-Suche. Das ist der schlaue Gedanke und dann muss man das Ganze noch in Logik kodieren. Das ist das, was ein bisschen aufwendig ist und was man sich auch sparen kann, wenn man es schon mal bei Google-Leveling gesehen hat. Es gibt noch ein paar Details, aber für uns soll es jetzt hier reichen. Okay, das heißt, Sie glauben mir hoffentlich an diesem Punkt, dass man zeigen kann, dass True-QBF wirklich ein P-Space-schweres Problem ist. Denn was man, wenn man das zusammenfasst, mit dieser ganzen Konstruktion schafft, ist ja, dass man eine beliebige polynomiell speicherbeschränkte Turing-Maschine dadurch ausdrückt, dass man eine QBF-Formel findet, die genau dann wahr ist, wenn eine Berechnung dieser Maschine erfolgreich ist. Das heißt, Eingabe wäre, man muss wissen, wie die Maschine aussieht, wie die Turing-Maschine genau funktioniert, ihr ganzes Alphabet, die Übergangsfunktion und so. Man muss wissen, was die Eingabe war, auf der man rechnet, also das Eingabewort muss gegeben sein. Und man muss außerdem ganz wichtig wissen, wie die polynomielle Speicherbeschränkung genau aussieht. Also welches Polynom ist es denn nun? Denn das muss man vorher wissen, damit man seine verfügbaren Bits in der Formel entsprechend dimensionieren kann. Okay, mit diesen drei Eingaben, Turing-Maschine, Eingabe-Wort und Polynom, kann ich jetzt also eine passende polynomiell große Formel finden. Die ist polynomiell groß bezüglich der Eingabe, nicht bezüglich des Polynoms. Also das ist jetzt nicht Teil der Eingabe in dem Fall. Es ist einfach nur was, was wir annehmen, was wir wissen. Wir sagen, wenn es so einen Algorithmus gibt, der eine Polynomiell-Beschränkung hat, dann gibt es für den auch ein Polynom. Und wir können zeigen, na, dann gibt es auch eine passende QBF. Es ist nicht wichtig, woher wir das Polynom kennen. Es reicht aus zu zeigen, dass es eine Formel gibt. Dann haben wir die Schwere auch demonstriert. Okay, gut. Auf die Art bekommen wir also die PSP-Schwere von TrueQBF. Und ich möchte jetzt an der Stelle weitermachen und ein bisschen was über Spiele noch erzählen. Ja, Sie erinnern sich, wir hatten Geography und da wollte ich doch noch zukommen. Zunächst einmal eine kleine, nicht allzu aufwendige, eigentlich überhaupt nicht aufwendige Modifizierung von TrueQBF. Ich definiere mir mal ein Problem, das nenne ich TrueQBF Alt. Nicht wie neu, sondern wie alternierend. Das ist das Problem TrueQBF, was wir vorher hatten. Aber mit der zusätzlichen Anforderung, dass die Quantoren abwechselnd, also alternierend, immer Existenz- und Allquantoren sind. Und zwar mit der zusätzlichen Einschränkung. Wir fangen mit einem Existenzquantor an und wir hören mit einem Existenzquantor auf. Außerdem, wo wir gerade dabei sind, fordere ich, dass F in Klauselform ist. Das kann man erreichen. Umformung in Klauselform in QBF ist auch immer machbar mit polynomialem Aufwand. Eventuell braucht man ein paar zusätzliche Quantoren, wenn man das macht. Wenn ich das jetzt mal als Formelspiel betrachte, Sie erinnern sich, ich hatte schon mal darüber gesprochen, dass TrueQBF ja im Prinzip so eine Art Formelspiel ist, bei dem man abwechselnd oder je nachdem, wie die Quantoren stehen, Wahrheitswerte für bestimmte Propositionen auswählen darf. Also ich hatte gesagt, es gibt zwei Spieler, die Spielerin E, Emilia, und den Spieler A, Anton. Und die werden abwechselnd oder je nach Quantorenreihung immer die Wahrheitswerte, die für eine bestimmte Proposition gewählt werden sollen, zuweisen dürfen. Und Emilia gewinnt, wenn die Formel am Ende wahr ist. Anton muss versuchen, das zu verhindern. Das heißt also, Emilia kann sicher gewinnen, wenn es einen möglichen Zug für sie gibt, sodass für alle möglichen Züge von Anton es immer noch einen Zug für sie gibt, sodass für alle möglichen Züge von Anton und so weiter die Formel wahr wird. Und das ist natürlich genau das Gleiche, als würde ich sagen, TrueQBF ist wahr, es wird akzeptiert. Das ist das vereinfachte oder ein bisschen normalisierte Problem, wo man also sagt, ich will jetzt genau diese abwechselnde Spielereihenfolge haben und nicht etwa ganz viele Existenzquantoren, dann ganz viele Allquantoren zum Beispiel, was ja bei einer allgemeinen QBF auch zulässig wäre. Okay, das ist strenges Abwechsel in der beiden Spiele. Man sieht relativ leicht, dass dieses veränderte Problem nicht sehr viel anders ist, als das Original. Es ist immer noch Peace-Based vollständig, weil es im Prinzip durch leichte Umschreibung eines beliebigen TrueQBF-Problems möglich ist, das in diese spezielle Form zu bringen. Da gehört nicht viel dazu. Wieso geht das? Ich hatte schon gesagt, Klauselformen kann man immer herstellen, da braucht man vielleicht ein paar zusätzliche Quantoren. Das will ich nicht weiter vertiefen. Da hatte ich auch schon in anderen Videos drüber gesprochen. Und die andere Möglichkeit, das umzuformen, ist, man muss eventuell Dummy-Quantoren einfügen, um unzulässige Aufeinanderfolgen von Quantoren zu unterbrechen. Und das kann man einfach machen, indem man zusätzliche Quantoren von zusätzlichen Propositionen, die in der Formel gar nicht auftreten, einfügt. Es ist ja nicht verboten, dass man hier was quantifiziert, was hinten nicht verwendet wird. Selbst wenn wir fordern würden, dass es hinten verwendet würde, dann würde man halt noch irgendeine nichtssagende Klausel, die tautologisch ist, anfügen, wo diese zusätzliche Variable vorkommt. Also mit anderen Worten, zusätzliche Quantoren einfügen kostet nichts. Aus Sicht des Spielers, den das betrifft, ist es nicht besonders nett oder fair, weil man fügt Entscheidungen zu ein, die dem Spieler nichts bringen. Also hier, du bist dran, du darfst dir den Wahrheitswert aussuchen, aber es bringt eigentlich gar keinen Unterschied, weil die Proposition in der Formel nicht auftaucht. Okay, aber dafür stellt es eine gewisse Einheitlichkeit dar und es macht uns das Leben leichter, wenn wir damit arbeiten wollen. Okay, und wie Sie hier schon lesen können, ist das, was ich jetzt hier gerade argumentiere, formal eine Reduktion von True QBF auf True QBF Alt. Die Reduktion besteht einfach darin, dass ich die gegebene QBF-Formel in eine QBF-alternärende Formel mit dieser speziellen Form umforme. Und über Klauselform habe ich hier gleich mal gar nichts geschrieben, aber ich hatte erwähnt, das geht. Zusätzlich zur Reduktion, die die Schwere zeigt, muss ich natürlich auch argumentieren, dass es immer noch in PSPACE liegt, dass es sogar noch leichter, weil diese Formeln sind natürlich insbesondere auch QBF-Formeln und für die QBF-Formeln wissen wir schon, dass man in PSPACE entscheiden kann, ob sie wahr sind oder nicht. Also das heißt, dass wir können den gleichen Algorithmus nehmen, das ist nur ein Spezialfall. Okay, gut. Das ist also eine einfachere oder eine speziellere normalisierte Form von True QBF, die uns noch, oder die halt, die auch praktisch ist und die man oft gebrauchen kann. Deshalb ist es ganz gut, diese Normalisierung annehmen zu können. Okay, jetzt möchte ich endlich zum Spielen kommen. Ja, die Spiele, bisher haben wir noch nie so viele Spiele erwähnt. Ich hatte auch mal Schar erwähnt, aber das hatte eben gerade keine PSPACE-Vollständigkeit. Ich sage auch noch was im nächsten Video über andere Spiele. Das Spiel, was wir bisher erwähnt hatten, war Geography. Sie erinnern sich, wir nennen abwechselnd Städte, die jeweils die Reihe fortsetzen müssen, dürfen aber keine Wiederholungen haben. Und statt mit Städten machen wir das jetzt mit einem allgemein gerichteten Graphen und fordern, dass die Knoten immer Nachfolger des aktuellen Knotens sein müssen, die der Spieler im nächsten Zug nennt. Auch hier sind die Wiederholungen verboten. Und auch hier verliert der Spieler, der keinen Knoten mehr markieren kann. Was in dem Fall immer dadurch zustande kommt, dass es keinen Nachfolger gibt, der noch nicht markiert ist. Entweder gibt es gar keinen Nachfolger oder es gibt nur markierte. Und das wollen wir jetzt also prüfen. Und das Entscheidungsproblem bei solchen zwei Spielerspielen ist in der Regel, hat der Spieler, der anfängt, in dem Fall die Spielerin Emilia, eine Gewinnstrategie? Kann sie den Sieg erzwingen auf dem gegebenen Spielbrett, auf dem gegebenen Graphen? Vom Startknoten, an dem wir uns gerade befinden. Okay, das wollen wir als Problem betrachten. Und das ist also tatsächlich, sonst würde ich es hier nicht einführen, ebenfalls ein P-Space-vollständiges Problem. Okay, das möchte ich Ihnen argumentieren. Auch deshalb, weil das noch ein bisschen eine andere Perspektive bietet, ist es nicht so ein logisches Problem, sondern es ist jetzt was mit Graphen, es ist auch was mit Spielen. Und es ist ganz interessant zu sehen, wieso das dann auch wieder so die gleiche Komplexität bekommt. Wie funktioniert das überhaupt? Okay, das ist also P-Space-vollständig. Zwei Dinge muss ich zeigen. Es ist in P-Space und es ist schwer für P-Space. In der Regel fast immer ist es einfacher, das Erste zu zeigen, dass etwas in P-Space ist. Warum? Weil man dafür nur einen einzigen Algorithmus finden muss, der es löst und schauen muss, ob der wirklich in diesem Speicher läuft. Und der Algorithmus muss nicht optimiert sein. Es reicht, wenn er die Speichergrenzen nicht verlässt, die man mit einem Polynom irgendwie beschreiben kann. Gut, das stellt sich heraus, ist ziemlich einfach hier. Und das ist im Prinzip fast immer so bei solchen Spielen, die nur recht kurz gehen können. Das ist ja ein Spiel, was nicht ewig lang laufen kann. Wir haben einen Graph vorgegeben und wir wissen, in jedem Zug fällt ein möglicher Knoten weg. Das heißt, spätestens nach Anzahl der Knotenvieler Schritten kann man nicht mehr weitere Knoten markieren. Okay, und auf die Art terminiert das Spiel, also endet das Spiel nach linear vielen Schritten. Was eine gute Sache ist, weil das heißt, Sie können einfach die komplette Länge des Spiels simulieren in einem Algorithmus und haben immer noch nur Polynomier viel Speicher verwendet. Und im Prinzip machen wir genau das. Wir simulieren ein Spiel. Aber es gibt natürlich viele mögliche Spiele. Um eine Gewinnstrategie zu prüfen, müssen wir alle simulieren. Aber wir müssen sie nicht alle gleichzeitig simulieren, sondern wir können den Spielbaum mit einer tiefen Suche, Depth first, durchsuchen. Und im Prinzip genauso, wie wir es vorher bei QBF gemacht haben, für den Algorithmus, den ich Ihnen dort gezeigt habe. Okay, das heißt also, das möchte ich zeigen. Und hier haben Sie einen Algorithmus. Der Algorithmus hat zwei Methoden hier. Die erste Methode heißt, E can win. Emilia kann gewinnen. Und die zweite heißt, A cannot win. Anton kann nicht gewinnen. Das sind also die Dinge, die wir prüfen müssen, abwechselnd, um sicherzustellen, dass wir eine Gewinnstrategie für Emilia haben. Ja, wir betrachten das hier aus der Perspektive des E-Spielers. Okay, am Anfang haben wir also den Graphen G, den Startknoten S. Das ist der Knoten, an dem wir gerade sind. Und die schon verbrauchten Knoten, die nicht noch mal besucht werden können, als Menge, in dem Fall nur S. Ich nenne das hier visited in der Signatur. Also das sind die drei Inputs, die man bekommt. Und ja, das ist jetzt wieder Pseudocode. Ich vereinfache mir das, indem ich nur die wesentlichen Ideen darstelle, ein paar Sachen hier auslasse. Also, was passiert hier, um zu prüfen, ob E im Prinzip gewinnen kann, mache ich Folgendes. Ich habe hier eine Variable, die heißt Result. Die setze ich erst mal auf Force. Das wird eine Disjunktion sein über alle Möglichkeiten. Also wenn es eine Möglichkeit gibt, für Emilia zu gewinnen, dann wird diese Variable Result wahr werden. Und das wird unser Endergebnis. Nur dann, wenn alle möglichen Züge fehlschlagen, wird Result Force bleiben. Und das wird das Ergebnis. Okay. Was sind alle möglichen Züge? Naja, ich iteriere über alle Nachfolger und damit gemeinsam jeweils die direkten Nachfolger von N. Das ist der Knoten, an dem ich gerade bin. Der Node. Ja. Aber Anfang ist das natürlich der Startknoten S. Ich gehe also durch alle Nachfolger, die ich hier M nenne und die darüber hinaus nicht schon besucht worden sind. Das heißt, die dürfen nicht schon in dieser Menge drin liegen, sonst darf ich sie gar nicht betrachten. Da brauche ich sie gar nicht anschauen. Und die Nachfolger, die also diese Bedingungen erfüllen, für die verändere ich den Wert von Result, indem ich ihn den aktuellen Wert verodere mit der Ausgabe von A cannot win. Und was rufe ich da auf? Naja, wieder betrachte ich den aktuellen Graphen. Ich gehe davon aus, ich habe M gewählt. Das heißt, ich bin jetzt an diesem Knoten und dort muss Anton weiterspielen. und der Knoten M ist in dem Moment schon besucht worden. Das heißt, er wird zu dieser Menge hinzugefügt, rekursiv. Und Sie sehen, in jedem Schritt wächst die Menge und auch da sehen Sie, dass das nicht viel Speicher braucht. Wenn es nur linear viele Schritte gibt, dann wird die Menge auch nicht sehr viel größer sein im Speicher als linear. Okay. Das heißt, ich muss jetzt, wenn ich herausfinde, dass es einen Zug gibt, in dem anderen nicht gewinnen kann, dann habe ich das Ergebnis. Dann wird das hier wahr und das bleibt dann auch wahr, weil hier immer wieder oder hinzukommt. Das heißt, eigentlich steht hier nur ein oder von vielen Fällen, bloß weil es eben eine unbestimmte Anzahl von vielen Fällen ist, habe ich das mit einer Vorschleife implementiert. Aber es ist genauso wie bei QBF. Da hatten wir halt noch zwei Fälle, deshalb konnte ich das gleich in einer Zeile schreiben. Da war es ein bisschen weniger komplizierter Code. Okay. Und die zweite Prozedur funktioniert genauso wie die erste, nur dual. Wir haben diesmal das Ergebnis am Anfang true, denn wir haben eine verallgemeinerte Konjunktion. Das heißt, wir beginnen mit wahr und das Ganze kann nur falsch werden durch die Suche. Wir gehen wieder durch alle nicht besuchten Nachfolger. Insbesondere, wenn es keine nicht besuchten Nachfolger gibt, dann bleibt das true und es gilt tatsächlich, A cannot win. Ja, wie erwartet. Falls es Nachfolger gibt, müssen wir für jeden prüfen, dass EMI ja trotzdem gewinnen kann, wenn der gewählt wird. Und das wird mit und verknüpft. Okay. Gut, das ist also der Algorithmus und in ziemlich viel Detail vielleicht mehr, als Sie gebracht hätten. Aber ich hoffe, Sie konnten es gut nachvollziehen. Was wir im Prinzip wieder sehen, und ich hoffe, Sie sagen das jetzt auch, ist, dass diese P-Space-Algorithmen immer gleich funktionieren. Ja, hatte ich gesagt, QBF war auch so. Sie haben diese Rekursion, Sie gehen in jedem Schritt wieder in den Suchbaum hinein und holen das Ergebnis sich wieder raus und kombinieren das dann mit und oder mit oder, um das Gesamtergebnis der aktuellen Rekursionsstufe zu kriegen. Gleiche Idee, nur ein bisschen anders formuliert. Okay. Das also der Algorithmus. Und es ist natürlich schön, dass der so ähnlich ist. Es nützt uns aber überhaupt nichts bei dem, was wir jetzt als nächstes zeigen müssen. Nämlich, dass, wenn Geography P-Space vollständig ist, es natürlich zusätzlich auch P-Space schwer ist. Und da hilft es uns eben nicht, dass der Algorithmus, den wir für die Inklusion in P-Space benutzt haben, so ähnlich ist wie bei QBF und QBF schwer ist. Das ist keine Beweistechnik. Sondern was wir jetzt schaffen müssen, ist, wir müssen den Beweis führen, dass alle P-Space-Probleme auf Geography reduziert werden können. Das könnten wir jetzt wieder so machen wie bei QBF selbst, indem ich argumentiere, dass beliebige polynomielle Algorithmen mithilfe dieses Spiels ausgedrückt werden können, indem ich da irgendwie Turing-Maschinen kodiere. Das wäre aber ganz schön kompliziert. Stattdessen machen wir es uns einfacher. Wir haben ja jetzt schon ein, oder gar zwei, wenn ich genau bin, wenn ich QBF alt mitzähle, haben wir schon zwei P-Space-vollständige Probleme. Und wir werden jetzt eins davon reduzieren auf Geography. Und die Reduktion, Sie ahnen es schon, die ich hier brauche, benutzt die Alt-Variante von TrueQBF, die normalisierte QBF-Version, und reduziert das auf die Gewinnstrategie in Geography. Was bedeutet das? Das bedeutet letztlich zunächst einmal, wir müssen irgendwie eine Instanz des einen Problems in eine Instanz des anderen übersetzen. Eine Instanz von TrueQBF alt ist also eine QBF-Formel. Eine Instanz von Geography ist ein gerichteter Graph mit einem Startknoten. Die QBF-Formel hat schon diese vereinfachte Form. Die Spieler sind abwechselnd an der Reihe und Mia beginnt und endet auch. Und wir haben hier eine konjunktive Normalform. Das ist, man könnte die Reduktion, die ich Ihnen gleich zeige, auch ohne das hinkriegen, aber das ist deutlich einfacher, das so zu machen. Okay, die Grundidee, die können Sie auch noch mal nachlesen, wenn Sie wollen, bei Michael Sipser, der sich mit Geography, wie ich schon gesagt hatte, beschäftigt hat und das in seinem Lehrbuch benutzt, um PSPACE zu erklären. Die Grundidee ist, dass wir einen Graph konstruieren, der sich aus mehreren Teilen erstellt. Der erste Teil wird eine Abfolge von rautenartigen Strukturen sein, und ich zeige Ihnen gleich, was ich da meine, die die Entscheidungen darstellen. Das heißt, wir haben erst eine Reihe von aufeinanderfolgenden Rauten, in denen wir, die bedeuten, dass die Spieler sich abwechselnd für Wahrheitswerte, jeweils wahr oder falsch, für jedes dieser P hier entscheiden. Und danach, nach diesen Rauten, kommt eine Baumstruktur, und in der Baumstruktur finden wir abgebildet die Struktur der Formel F. Die Baumstruktur, die Wurzel steht für F, die Kinder erster Ebene stehen für die Klauseln, für die Disjunktionen, die in F vorkommen, die ja konjunktiv verknüpft sind, und die zweite Ebene des Baumes steht dann für die einzelnen Literale der Disjunktionen. Und für jedes Literal gibt es dann eine Kante zurück zu einem Knoten in den Rauten, welcher darstellt, ob das Literal wahr sein muss oder falsch, damit die Formel erfüllt ist. Das kann man kaum nachvollziehen, rein textuell, aber wenn man es sieht, ist es ein bisschen leichter. Hier haben Sie ein Beispiel und einen entsprechenden Graphen. Sie haben also, das ist die Formel. Sie können sehen, es ist in dieser Normalform. Und Sie haben hier eine Klauselform dahinter mit drei Klauseln. Und der Graph, der jetzt entsteht, sieht so aus. Ich benutze hier so einen eingehenden Pfeil, um den Start zu markieren, ein bisschen wie bei den Automaten, wo wir das auch so gemacht haben. Und dann habe ich hier eine Reihe von Rauten. Das sind jeweils diese kleinen gedrehten Quadrate, die jeweils vier Knoten enthalten und die ich für jede Variable benutze. Das heißt, die erste Raute steht für R. Dann gibt es RS, das ist der Start für diese Raute, und RE, das ist das Ende. Und dann gibt es zwei mögliche Wege. R0, wenn ich R mit falsch interpretiere, und R1, wenn ich R mit wahr interpretiere. Und nach dieser Raute folgt die Raute für P, weil das der nächste quantifizierte Teil hier ist. Die sieht genauso aus. P0, P1, P Start, P End. Und dann kommt noch eine für Q. Und wenn ich diese drei Rauten absolviert habe, habe ich die Propositionen alle fertiggestellt. Dann habe ich einen Fall, der mich ganz hier rüberbringt. Das ist ein Hilfsknoten, da gibt es auch nichts weiter zu tun. Man kann hier nur einen Weg nehmen. Das steht für die ganze Formel. Vorher hatte ich es F genannt, jetzt steht hier Q, aber das sollte sich nicht weiter irritieren. Also das stellt die Formel dar. Die Formel hat jetzt drei mögliche konjunktiv verknüpfte Disjunktionen. Dafür haben wir die nächsten drei Knoten. Ich wähle also eine Disjunktion. Und dann in jedem Knoten sind die entsprechenden Literale verknüpft. Und hier zum Beispiel haben wir R oder Q oder P. Das heißt, wir haben einen R-Knoten, einen P-Knoten und einen Q-Knoten, der hier erreichbar ist. Es gibt hier wegen dieser Klausel auch nochmal einen Nicht-P-Knoten. Den Q-Knoten können wir auch wiederverwenden, obwohl das nicht essentiell ist hier. Aber vereinfacht ein bisschen die Darstellung. Und das sind also die Literal-Knoten, Nicht-P oder P, Q oder Nicht-Q. Und R kommt nur in einer Form vor. Da müssen wir nichts weiter haben. Und dann von diesen Knoten aus gehen wir jeweils zu dem Knoten in dem Rautenteil, der bedeuten würde, wenn das der Wahrheitswert ist, dass es literal wahr ist. R ist wahr, wenn ich für R den Wert 1 gewählt habe, den Wahrheitswert. Nicht-P ist wahr, wenn ich für P den Wert 0 gewählt hätte. Also Sie sehen, das ist im Prinzip das. Und Sie ahnen, wie das Spiel abläuft. Wir fangen hier oben an. Dann müssen wir erst die Rauten durchspielen, denn das ist die einzige Möglichkeit, den Pfeilen zu folgen. Wir müssen ja in jedem Schritt Nachfolger wählen. Es gibt auch Schritte, in denen man gar nichts wählen kann, wo man einfach nur den Nachfolger nimmt, den es eben gibt. Und wenn wir die Rauten durchgespielt haben, dann müssen wir diesen Baum hier durchspielen und machen den kleinen Looping und kommen dann zurück zu den Rauten. Und dann endet das Spiel. Entweder endet es in dem Knoten, in dem Literalknoten, weil der R1 schon ausgewählt worden ist. Dann kann ich nämlich nicht mehr da hingehen. Dann ist hier Schluss. Oder wenn ich da noch hingehen kann, dann endet es spätestens hier, weil der R1-Knoten wird immer ausgewählt. Das ist der einzige Weg, der hier durch diesen Graphen führt. Ja, dann ist Schluss. Okay. Gut. So funktioniert das. Und ich zeige Ihnen gleich nochmal, wie das dann der Reihe nach abläuft, wenn man das Spiel wirklich spielt. Okay. Gut. Und jetzt kommt die Beweisidee ins Spiel. Die habe ich eigentlich im Prinzip schon erklärt. Hier habe ich noch eine Folie, auf der wird sie nochmal textuell dargestellt. Die Folie ist auch für Sie, wenn Sie offline das lesen. Ich habe die Folie ja unten verlinkt. Da können Sie sich das nochmal in Ruhe durchlesen, was ich da erzählt habe. Aber ich glaube, es ist einfacher, wenn ich es Ihnen direkt an dem Beispiel erkläre, was ich jetzt gerade gezeigt hatte. Nämlich diesem hier. Wir haben also jetzt zwei Spieler, Emilia und Anton, und wir haben eine Startposition, die schon von vornherein markiert ist. Die habe ich hier grau eingefärbt. Da beginnt das Spiel. Die darf nicht nochmal gewählt werden. Könnte auch gar nicht gewählt werden, weil ich da nicht hinkomme. Als erstes ist Emilia an der Reihe. Er darf sich jetzt auswählen, ob er erfüllt sein soll oder nicht. Wir erinnern uns, Emilia hat das Ziel, die Formel wahrzumachen. Das heißt, Emilia trifft jetzt eine Entscheidung, wer zum Beispiel das R wahr ist. Jetzt ist Anton an der Reihe. Anton kann nicht viel tun. Anton kann nur von R1 den einzigen Nachfolger, den es überhaupt gibt, markieren, nämlich RE und diese Raute verlassen. Emilia wiederum hat auch keine Entscheidung. Die muss zur nächsten Raute gehen und dadurch, dass dieser Zwischenschritt hier stattgefunden hat, ist jetzt Anton am Zug und hat eine Wahl. Anton kann jetzt einen der beiden Werte nehmen und Anton versucht natürlich, das Spiel zu gewinnen, also versucht sicherzustellen, dass die Formel am Ende nicht erfüllt sein wird. Das kann Anton jetzt versuchen. Er weiß, dass R1 schon wahr ist und versucht jetzt irgendwas zu wählen. P0. Wenn Emilia eine Gewinnstrategie hat, dann wird es ihm nicht gelingen. Also Sie können das Spiel auch ein bisschen anders verstehen. Sie können auch sagen, anstatt dass die Spieler versuchen zu gewinnen, versuchen sie zu beweisen, dass sie eine Gewinnstrategie haben bzw. dass es keine Gewinnstrategie geben kann. Also Emilia versucht zu beweisen, ich habe eine Gewinnstrategie, ich kann den Sieg erzwingen und Anton versucht zu beweisen, dass das nicht so ist, indem er versucht, selbst den Sieg zu erzwingen. Unentschieden gibt es bei dem Spiel ja nicht. Also entweder gewinnt er eine oder die andere. Okay, das heißt also, die beiden behaupten, dass sie gewinnen können und das versuchen sie zu beweisen, indem sie spielen. Ein bisschen eine interessante Art und Weise, ein Zweispielerspiel zu beschreiben, ist eigentlich immer so nicht wahr, aber das ist in gewisser Weise die Sicht, die sich hier noch ganz praktisch erweisen wird. Gut, also Anton hat jetzt entschieden, dass P falsch sein soll, damit die Formel nicht erfüllt ist. Emilia kann wieder nur weiterschreiten, es gibt nur einen Nachfolger, Anton kann auch wieder nur weitergehen und jetzt darf Emilia nochmal entscheiden, was Q für einen Wert haben soll und entscheidet sich dafür, dass Q falsch ist. Und damit ist ja die Auswahl eigentlich schon getroffen. Also an dieser Stelle haben wir eine Belegung, R ist wahr, P ist falsch, Q ist falsch. Und sie könnten jetzt natürlich sagen, ja eigentlich ist ja jetzt schon alles gegessen. Also an der Stelle ist ja eigentlich schon geklärt, ob jetzt Emilia eine Gewinnstrategie hatte oder nicht, also ob Emilia gewonnen hat, wenn man sich das Formelspiel vorstellt. Das Formelspiel hat also ziemlich viel mit dem hier zu tun, wenn sie darüber nachdenken. Aber wir müssen natürlich jetzt diese Auswertung, die Berechnung des Wahrheitswertes für die propositionale Formel, die jetzt vollständig definiert ist, im Inneren, auch noch irgendwie in Geografie durchführen. Und dafür ist dieser restliche Graph. Das heißt, das Spiel ist noch nicht beendet und es gibt auch noch Entscheidungen zu treffen, auch wenn die Entscheidungen relativ einfach sind im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten. Und zwar funktioniert es wie folgt. Zunächst einmal müssen wir zum Ende der Raute kommen, da ist, diesen Zug hat Anton gemacht. Dann gehen wir zur Formel Q. Diesen Zug muss Emilia tun. Und jetzt hat Anton Auswahl. Wir erinnern uns, Anton behauptet ja letztlich, ich kann gewinnen. Und Anton gewinnt dann, wenn die Formel falsch ist. Die Formel ist eine Konjunktion. Wann ist eine Konjunktion falsch? Die Konjunktion ist falsch, wenn eines der Konjunkte falsch ist. Das heißt, entweder diese Disjunktion muss falsch sein oder diese oder diese. Um jetzt also zu zeigen, dass tatsächlich das falsch ist, darf Anton die Disjunktion herausgreifen, die falsch geworden ist. Deshalb lassen wir ihm hier die Wahl, damit Emilia nicht schummelt und nicht an der Stelle einfach eine wahre Disjunktion wählt, obwohl es vielleicht anderswo eine falsche gibt. Deshalb ist Anton jetzt am Zug und darf sagen, hier schau, ich habe recht, die Formel ist falsch. Wir müssen uns ja nur eine der Disjunktionen hier anschauen. Das heißt, er wählt zum Beispiel diese. Wir ahnen schon, in diesem Fall wird es zu nicht viel führen nach dieser Belegung. Aber trotzdem, Anton stellt mal diese Behauptung auf, diese ist falsch. Emilia jetzt kontert und sagt, nee, 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 es sind ja alle wahr. Das heißt, auch diese ist wahr. Ich behaupte, die Disjunktion ist wahr und ich kann das beweisen, indem ich nämlich, wann es eine Disjunktion war, sie ist wahr, wenn eines der Elemente in der Disjunktion wahr ist. Das heißt, sie wählt jetzt das wahre Literal aus. Und wir sehen schon, es gibt zwei Literale, Q und nicht P. Nicht P ist tatsächlich wahr, Q ist nicht wahr, denn Q wurde auch auf falsch abgebildet. Das heißt, Emilia wählt jetzt nicht P. Und damit sehen Sie, das Spiel ist zu Ende. Von nicht P gibt es nur noch den einen Weg, der weiterführt. und den kann Anton nicht wählen, weil das schon belegt ist. Das heißt, Emilia hat diesen, diesen Durchlauf tatsächlich gewonnen. Wenn Emilia Q gewählt hätte, oder wenn nicht P einfach mal nicht erfüllt worden wäre, wenn also Anton eine andere Wahl getroffen hätte, aber der Rest zugespielt worden wäre, dann hätte Anton hier noch einen Schritt weiter gehen können und Emilia hätte dann verloren, weil dieser Knoten immer markiert ist. Also so funktioniert das. Und das ist im Prinzip das, was auch auf der Textbeschreibung nochmal aufgeschrieben war. Okay, also das heißt, was ich jetzt hier gemacht habe, ist im Prinzip Beweis mit Beispiel. Also es ist nicht im Detail ausformuliert, warum das jetzt in jedem Fall funktioniert, aber ich hoffe, Sie haben die Idee so gut verstanden, dass Sie sagen, ja okay, es ist klar, dass es auch für andere Formeln so geht. Was Interessantes an diesem Beweis ist, denke ich, dass man sieht, wie man ein kompliziertes, strukturell kompliziertes Problem der Logik nimmt und es in einen Graphen übersetzt. Und wie der Graph im Prinzip in seinem Aufbau dann die Teile des Algorithmus, den man benötigt, um das Logikproblem zu lösen, widerspiegelt. Also wir haben im Prinzip eine Berechnung, wenn Sie so wollen, in ein Programm kodiert, in einem Graphen, auf dem ein bestimmtes Spiel gespielt wird. Und das ist ja auch irgendwie witzig, oder? Ich meine, Informatik hat ja immer was damit zu tun, dass man irgendwie Berechnungen kodiert. Das ist letztlich, was Programmieren ist. Und hier sehen Sie, man kann das auch in Form von Spielen kodieren. Oder naja, Spiele, ja, ich weiß, Sie werden das wahrscheinlich nicht bei Ihrer nächsten Spieleparty mitspielen. Ja, es ist eben, es ist eine Abstraktion eines Spiels. Aber es zeigt uns, dass auch bestimmte Probleme dieser Art schwer sind. Okay, gut. Das ist alles, was ich Ihnen über PSPACE erzählen wollte. Sie haben jetzt also Beispiele für PSPACE vollständige Probleme gesehen, auch für ziemlich unterschiedliche, obwohl sie dann im Gefühl doch irgendwie wieder ziemlich ähnlich waren. und abschließend möchte ich meine Videos zum Thema Komplexitätstheorie dann, indem ich noch ein bisschen mehr über andere Komplexitätsklassen Ihnen erzähle, was gibt es da noch so, wofür das hin, was davon ist relevant und auch nochmal ein bisschen was über Spiele und ihre Komplexität, werde ich vielleicht dazu sagen. Das beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.